bezeichnen. So, schönen guten Abend, Sonntagabend in Deutschland, Österreich, Schweiz ist Muttertag. Ich habe überlegt, ob Muttertag im biblischen Sinne was mit der Mutter zu tun hat. Ich habe allerdings jetzt nicht wirklich was gefunden. Ja, nicht wirklich. So, Infoabend und wir sind ja heute ganz privat unter uns. Drei Dinge, die vielleicht nochmal zum Ansprechen von meiner Seite ist. Dann spare ich mir Telegram-Kanal reinzustellen oder ich stelle es auch nochmal rein. Einmal haben wir im September und Oktober auf Mallorca gibt es wieder ein Seminar. Einmal vom 20. September bis 24. September, einmal Freitag 11. Oktober bis 16. Oktober. Wer da Interesse hat, der möge mich bitte kontakten. Das ist das eine. Dann habe ich bei dem Marc Flang gedanken. Der hat ja eine Veranstaltung in Österreich und da hat die Victoria und ich zugesagt, dass wir da jeweils einen Vortrag halten, weil er möchte, dass wir dabei sind. Weil er möchte, dass wir dabei sind und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das auch. Ja, jetzt sind nochmal zwei Personen. Einmal nochmal zwei Personen, Menschen. Und die Beta nochmal, die war auch nochmal außen. Gut, jetzt muss es wieder besser werden hier. Ja, Stefanie, kannst du bitte mal den Link reinstellen nochmal für diese Veranstaltung? Wer motiviert ist? Ja genau, jetzt haben wir nochmal Ethereum drin. Genau, und dann habe ich am Berlin im Juli mache ich ein Seminar am 20. und 21. Juli in Berlin. In Berlin, Charlottenburg, zwei Tage. Ich sage jetzt einfach, hier bitte nur Leute kommen, die mich schon mit Wertung ein wenig verfolgen, weil da ist die Herausforderung, dort werden Menschen sein, die vor der CE-Zeit auch schon das gemacht haben, was wir jetzt machen mit mir. Ich mache ja das jetzt nicht erst seit der CE-Zeit, sondern vorher ja auch schon in Berlin, in Frankfurt und in München, damals vor der CE-Zeit. Und das sind dann schon Leute, die nicht ganz unfit sind. Und wenn ich dann anfangen müsste mit erklären, was bedeutet 1-4-Verbindung, dann würde es dem Rahmen, denke ich, nicht gerecht werden. So, jetzt muss man dann so langsam alle haben. Also das sind die drei Veranstaltungen, einmal Ethereum mit dem Frank in Österreich, einmal Berlin, da machen wir Verschlusssache Bibel und die urhebräischen Zahlenwerte der kapitalistischen Numerologie und dann im September und Oktober jeweils Mallorca, 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 Mallorca in der Wärme noch, genau. Und es ist im September, Oktober wärmer ist Wasser als jetzt, viel wärmer als jetzt für die, die Wasser mögen. Gut, das war sozusagen die Einleitung.